Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Achievement Schlangenaugen und für dieses müssen wir im Tempel von Citralis auf den Schwierigkeitsgraden mythisch beide Augen innerhalb von 10 Sekunden aktivieren, um den Bazaar zu verlassen. Und der Bazaar ist quasi der große Raum vorm Endboss und hier haben wir diese beiden Kugeln, die wir auf der jeweiligen Seite holen können und wenn wir beide einsetzen, geht das Tor zum Endboss auf. Und die müssen wir ziemlich gleichzeitig reinbasteln innerhalb von 10 Sekunden und wir haben hier erstmal eine Seite soweit gecleart und haben schon eine Kugel hier in der Nähe liegen und haben die andere jetzt schnell durchgebracht, vorher alle Kugelwächter getötet und zack, haben sie eigentlich fast instant eingesetzt und ja, haben das jetzt schieffindet einmal erwirtschaftet. Also wir waren erst, erstmal bin ich durchgelaufen, hab wirklich alles zusammen gepullt, Wecker-Eat, dann haben wir die Kugeln aufgehoben, die Kugelwächter, alle gekillt, die kamen, eine Kugel vorne war schon dann quasi gelegen, die wir durchgebracht haben, die andere hatten Kugelwächter zurückgebracht und mit der zweiten sind wir einfach durchgerusht, eingesetzt und ihr müsst gucken, das Achievement ploppt dann erst nach 5, 6, 7 Sekunden auf, nachdem ihr sie eingesetzt habt, warum auch immer, ja, also es hängt ein bisschen. Es ist nicht schwer, es ist ein bisschen Koordination, ein paar Klassen, die vielleicht auch durchspeeden können mit den Dingern, also irgendwelche, ein Jump haben, ja, ein Druid kann nach vorne springen oder so ein Zeug, ist auf jeden Fall von Vorteil, aber braucht man nicht unbedingt, man kann es auch definitiv so schaffen. Ja, das war der kleine Achievement Guide, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen, sollte das der Fall sein, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und sonst könnt ihr gerne mehr Videos von mir gucken. Euer Talar, bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!